1, 2, 3 Ein Dach, ein Grund, ein Ast, ein Hut und schon da bin ich fort. Ich klettere hinüber, so dacht ich, halt dich fort. Ich geh niemals mehr durch die Tür, doch bin ich an nem anderen Ort. Mein Vater ging zur Tür hinaus, es regnete ganz stark. Er sagte, geh niemals hier raus, sonst fürchte ich mich ab. Ich nahm das hier ganz für die Tür und fühlte mich ganz furchtbar stark. Der Hut gut gegen Regen schützt, ich kletterte hinaus. Ich nahm den Ast ganz großen Schwung und rutschte aus. Der Mist empfing mich, Gott sei Dank, sonst wär ich eckig wie ein Schrank. Der Mist empfing mich, Gott sei Dank, sonst wär ich eckig wie ein Schrank. Ich kann dir nicht mehr aus. Ich bin ja 25 Jahren. Ich bin ja 35 Jahren.